hallo ich leute und herzlich willkommen zurück bei league of legends jetzt wird es interessant wir haben genau auf der top lane als gegner großes kino acht schaden fängt er ab er wird mich so raus poken wieder ich hasse so was warum können wir nicht einfach mal mit helden kriegen warum können wir nicht einfach mal mit die helden kriegen haben z so alles sortieren wen fresh weiß auf kam ja sehr gut ist doch gut man alte schwede haben wir es denn schön meine farmkünste gelobt soviel dazu dieser typ mit dem scheiß bummerwagen jetzt weg ist ja schrecklich läuft wie ne 1 ja ist ja gut gute sache das ist level 3 ich bin ein bummerang weg du nervst ich bin ein ist mir auf den zeiger vor allem ist der schon level 4 16 zu nämlich fixer oh scheiß minions scheiß minions ja ich bin ein großes hässliches drecks kind ja danke geiler job hast du dir so gedacht wichser ja schön in den tower mal rein ich ganz gut 100 gold sollte noch 100 gold herkriegen jetzt 33 zu 23 aber er hält mich noch er ist doch scheiße man wisse vor allem er wird den deutschen was passiert ich bin das ist Alas. Eveline, da müssen wir definitiv ein bisschen aufpassen. So, wir haben das jetzt erstmal. Gucken wir mal, was er geht. Gar nicht gut. Nicht gut. Miss, miss, miss. Alle miss, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst, Leute. Was hat er gebaut? Dicke Waffe. Werf Arsch! Jetzt ist er gleich so wieder groß. So, das war dein hemmlicher Glockefuhr. Kannst du dir mal der Kuppe schmieren. Oh. Ey, es ist schon wieder, ne? Es ist schon wieder. Warum greift denn der doofe Tower? Der wirft seinem Drecksbummerang und der doofe Tower greift ihn nicht an. Das kann's doch nicht sein. Wir sind uns einig. Ultimate. Die stirbt. Ja, weg. 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 Ah, okay. Ah, okay. Ah, lauf bitte jetzt. Mach was draus, ja? Ich habe nur versucht dich zu retten. Aber jetzt pass bitte auf, die sind alle unten, ne? Da kommt der Beier. Okay, gut. Ähm. Was brauche ich? Schuhe brauche ich. Schuhe! Los! Was? 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 Ja, und jetzt. Das war eine Ultimate. Good job. Was? 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 Das bringt halt nix. Death please. Oh, verteidige halt doch mal. Mädel, was machst du denn? Ja, der ist weg jetzt, der Turm. Ja, lass mit ihr. Geh weg. Oh, das ist doch nicht normal, ey. Was macht die denn für einen Schaden? Geh bitte jetzt weg. Go. Äh, way. Der Varus kommt. Du bist tot. Weih, du bist halt auch echt scheiße. Und die ist einfach tot. Das ist so für'n Arsch jetzt. Weil sie aber auch reinjumpen wie die Bekloppten. Und da unten pushen wir uns den Turm weg. Und alles anderes auch. Gummliche Surrender-Scheiße. Was soll das denn? Will Surrender. Also wieder der Wechsel. Da hat er schon Black Cleaver. Großes Kino. Zweifel los. All right. Let's go for Drake. Hallo. Vorsichtige Schritte. Ah. Ah. Ahhhh Neat Magic Resist Wohl Jetzt habe ich sie einmal Aus dem Schatten Na da ist er Was baut die da eigentlich? Oh Gott Ich bin so tot Das ist so für ein Arsch Der hat einen Black Cleaver ey Was will ich denn gegen den Black Cleaver machen? Nischt Nischt Der ist tot Er ist tot Er ist tot Oh und ich kriege einen Assist Sehr gut Ja wir müssen ein bisschen pushen oben Eigentlich Ahhhh Was macht so viel Die Evelyn macht so viel Ne Steht Steht Schon 6 5 Evelyn miss Die sind da alle ne? Ihr wisst das Ihr seid tot Ihr seid einfach nur tot Oh ne Oh ne Oh ne Oh ne Das Tana Geh weg Oh nein Ey das ist doch scheiße man So tot Was zur Hölle Oh Lol Den hab ich noch gekriegt Sehr gut Und der Ezreal Was macht der? Der er pusht Kann der Ezreal mal ne ultimate knallen? Das bau ich Das bau ich Ah Eigentlich das Eigentlich das Ein paar Potts noch Kann der toolbox Tod Scheiße Was er S mercantisch? Gefällt mir Was er da ist die Abelie jawoll Miststück weg mit dir da kommt ein Gnade da kommt ein Gnade immer noch da ist ein Vein jo sehr gut Baron haben wir Nein Oh Leute Was soll das denn? Du stirbst Das ist dir schon klar Oder auch nicht Oh Mann 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 Ja und? Gut Jetzt lass den Drake wenn ich's noch holen Die sind alle da ne? Die sind alle da ne? Wer kommt jetzt auch? Zweifel noch Nicht den Knappokos Nicht den Knappokos Geht doch wo hoch Na lass lass Ok wir stehen 13 0 Drake auf jeden Fall Kills einen vorne 500 Gold noch 500 Gold noch Es muss getan werden Oh sehr schön ich krieg das Gold Wunderbar Oh nein der warus ey und die Tristana was macht die? Die pusht Vorsicht Jetzt Ja, die kann. Toll! sie denn so nächstes item die ist nicht das problem moment moment ist größer die ganzen ad champs also randuins als nächstes top dauer fällt das ist gut die 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 easy easy ja die tristana will jetzt den farm aber ich brauche ein bisschen was hier was soll das einfach einstellen noch ein bisschen kommen gerade alle kommen gerade alle ja 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 leon einfach scheiße oh lol oh lol oh lol good job pack my penta wer war's denn wo der es mir steht auch für 16 4 sieht mir stark nach einem platin smurf aus die wollen jetzt hier beenden oder was ich war den top tower Ich so tot mir du die tristaner die guckt halt die ganze zeit zu was geht mit der so noch das ding dann haben wir noch ein bisschen mehr cooldown reduction wenn wir hier mal hoch 15 prozent da ist die So, jetzt finischen wir die ganzen. Spaß. GG! Oh Mann ey, das war ein Match. Alter Schwede, aber wir haben gewonnen und hoffentlich kriegen wir ein paar Punkte mehr, damit wir direkt in die Promo kommen, schauen wir mal. Also wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein, macht's gut und tschüss. 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 Tschüss.